einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zum heutigen webinar daytrading in der praxis mit alois mytheisen und jan robert schutte ich freue mich sehr dass sie heute live dabei sind und sich für das webinar interessieren ich freue mich natürlich auch sehr dass alois und jan robert für uns die zeit gefunden haben hier mit uns dieses event zu machen und ja mein name ist nelson cardoso netto ich begrüße sie im namen von fx flat bevor ich jetzt final den bildschirm an die an den beiden übergebe müssen wir über die risikohinweise sprechen denn wie immer dient dieses webinar oder unsere webinare nur zu schuldungs und informationszwecken und hat unabhängig vom inhalt müssen sie ihre eigene entscheidung treffen und dürfen dieses event bitte nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung verstehen das ist ganz wichtig ja sehr gut also ich übertrage den bildschirm ihren robert wünsche selbstverständlich viel spaß aber und viel erfolg dankeschön hallo alois und nelson natürlich und teilnehmer ich muss die jetzt jetzt kommt ein bild mit fx flats stimmt ja stimmt ja so ja und dann wie ich ja eigentlich teilnehmer unter wie von den teilnehmern erkennt uns jetzt denn von die voriges webinars kann man ja sagen natürlich oder nein ich bin gespannt wie viel das sind wir werden nicht so viele slides gebrauchen heute aluisa wir gehen auch in praxis also ich möchte gerne wissen was man handelt auch meistens zum beispiel dax oder nasdaq oder zum beispiel auch volks oder bitcoin und dann können wir auch die fragen beantworten später und man muss immer eine position machen natürlich weil sonder sonder und eine eine position kann man keine risiken machen und auch kein gewinnen machen und sie muss man position einnehmen fragen sie das einfach max verstappen 1 weltmeister und am sonntag auch wieder gewonnen das war sehr toll natürlich und der erste schritt nach erfolg das ist auch ein webinar wie heute und aluisa und ich habe wir haben sehr viel lange die lange erfahrung auf der börse und da haben wir auch unsere schritte gemacht mit money management und ich denke dass money management sehr wichtig ist auch heutzutage in diesem markt und wir hoffen wir hoffen wir hoffen uns auch unsere eindrucke und erfahrung mit zu geben heutzutage auch an die und anze und unsere kunden also aluisa für dich an interaktion für dich kurz bitte danke herzlich willkommen ja ich bin angefangen in 1986 in amsterdam auf der optionsbörse und seitdem ist mein kerngeschäft propriety trading und das heißt handel für eigene rechnung und für eigene risiko ich bin kein richtiger systementwickler denn ich bin mehr ein händler aber das system was ich ihnen später zeige das ist eigentlich durch zufall entwickelt weil ich älter wurde und ich hätte ich möchte ein system haben für mich was meine konzentration helfen konnte ich bin angefangen als market maker ein floor trader auf der optionsbörse in den 90er jahren war ich director von ein handelshaus ist das war ein handelshaus mit sechs trader und das habe ich ausgebaut in einem jahr nach 27 händler wo von die hälfte market maker war und die andere hälfte waren day trader und das war in der zeit das eigentlich ein neues phänomen aus amerika hier kam das war day trading ich fand das sehr interessant und habe mich daher in spezialisiert und habe eine ausbildung selber gemacht für händler ich habe jetzt mehr als 40 jahre praktische erfahrung in den handel mit derivaten und optionen und deshalb habe ich auch viel erfahrung gemacht mit mit die know-how übertragen nach anderen leuten auch ich bin natürlich genau wie die meisten unter uns durch trial and error älter und weiser geworden ich habe natürlich auch im anfang auch große fehler gemacht geld verloren aber was man immer dafür sorgen soll dass man weiß was was das risiko ist in einer position und das habe ich von nature habe ich das immer mein ganzes leben gemacht ich habe immer risiko an eingegehen aber ich weiß zuvor was ungefähr mein risiko ist und das ist sehr wichtig auch beim trading beim day trading man soll immer sehr gut mit den risiken eingehen letztes jahr war letztes jahr war in amsterdam ein blechers fair für anleger eine börse da habe ich auch für fx flat habe ich da eine präsentation gegeben und da waren auch ungefähr 100 110 leute waren das dabei und das macht immer spaß wenn man live eine präsentation machen kann ich habe das auch in frankfurt gemacht auf der world world of trading da habe ich auch präsentationen gegeben und so das war eigentlich mein anfang in die deutschsprachige länder und ja das mache ich mag das auch gerne ich bin gerne in deutschland weil das wieder etwas es ist immer eigentlich für mich vier referien wenn ich da bin ich war auch in frankfurt einige woche her und sehr schöne stadt muss ich sagen und hier hoffentlich ist die world of trading auch ja bald wieder und dann möchten wir gerne hingehen also ich bin von origine auch option und future händler ich habe auch später bei bing bank in amsterdam jetzt sachso bank habe ich abteilung content research geleitet und später habe ich auch gesehen ja education education ist sehr wichtig ausbildung haben wir mit option scheine option akademie auf gegründet und ich habe ihn seit 2017 also fünf jahren her ungefähr kippt akademie gegründet und ich habe dann nicht so viel erfahrung wie alouis aber doch mehr dann 25 und seit 2017 bin ich auch keynote speaker und kippt berater einige woche her war ich in dubai und morgen auch wieder auf cyprus und ich war auch in telegraph wie zeitung bild vor zum beispiel in deutschland heute auch haben sie mich gefragt für quotes also dies war in 2021 blogs fest in konferenz in cyprus auch in kiew in november und einige woche her auch in cyprus und nächste woche nach manila philippines und auch hanoi später in jun das ist in vietnam und ich habe auch gesehen dass die leute da sind sehr mit handel beschäftigt das sehr gut um zu sehen also wir haben internationale bereich auch und wir machen natürlich holland ist unsere basis aber deutschland deutschsprachige länder sind auch bei uns und deshalb haben aber wir gerne mit fx flat wir arbeiten gut zusammen und unsere gutachten von alouis und mich kombiniert ist dass wir jahrelange praktische erfahrung haben und auch sehr wichtig wir haben uns selbst auch mit unserem system und wir wissen wo die falsche tricke beim handel legen wie man erfolgreich handelt und wir wissen auch wie man der massereinschritt voraus ist das haben wir auch gelernt auf dem markt in den 90er oder 80er jahren und nützung des momentum in einer frühen phase kennen sie das auch wenn das wenn sie in den markt starten und man kauft und geht runter oder man geht auf dem boden und geht nach unten vielleicht passiert das einfach eines mal aber das machen wir anders mit uns system können das detektieren wo die drehpunkte sind auf der frühen phase ich sage nicht dass wir natürlich auf dem boden kaufen und einen topf verkaufen das ist nicht aber in der nähe und wir helfen auch andere trainer um erfolgreich zu sein und zu werden und zu bleiben und wir bleiben auch am ball wir sind auch scharf dabei und ja das ist der kippe zempel gibt es einfach und das sind ja wörter von alouis das ist deine motto auch ja einfachkeit ja das mache ich ihn auch mein privatleben wenn wenn ich ein problem habe dann löse ich nicht gleich das problem ich suche zuerst nach der ursache und so mache ich das auch mit meiner arbeit und trading und das gilt eigentlich für alles im leben genauso ist eigentlich erfolg ist auch kein hokus pokus das ist konzentration und konsequentes handeln das ist sehr sehr wichtig wenn man ja das ist für dich ja 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 das haben das ist sicher und die meiste leute auch die die ich kenne die die haben das viel zu kompliziert wir haben 120 indikatoren zum beispiel ist nicht nötig und sind auch falsche vorteile von date vielleicht euch nicht weil sie vielleicht schon lange handeln mit fx flat ist dass wir hören auch sie müssen stundenlange vor dem bildschirm sitzen um zu zählen und date trading ist sehr riskant und sie müssen über viele technische vision verfügen und sie müssen sehr gut informiert sein muss sehr viele nachrichten gucken und sie müssen auch eine menge recherchieren stunden oder wochen lang und nur den block verdient geld das ist das sind vorurteile die sind ja nicht die wahrheit sind meine idee und wir haben auch mit dem system und aluys haben wir auch zum beispiel einfachkeit benutzt mit und system wir brauchen nur wenige stunde am tag handeln schneit beträgen nenne ich das also dax ist zum beispiel zwischen 9 und 10 uhr 30 sehr gut und handelssystem ist auf jedem markt anwendbar das ist sehr sehr cool und man kann jetzt die in jedem folgenden markt komplementär zu long-on-stradien sind auch anleger in die virtuellen räume heutzutage heute dass man aktien hat und die markt geht unten vielleicht gibt es einigen und oder der crypto markt das ist gut um auch ein system zu haben wenn man auch nach unten geld verdienen kann was wir auch nicht machen mit day trading ist über nacht gehen wir gehen immer die positionen schließen und nächste woche auf der nächsten tag gehen wir wach geworden und dann gehen wir treten und wenn man aktion hat für lange wichtige zeit ja dann ist es zum beispiel zehn prozent unten der nächsten morgen wir haben auch zählen gruppen gemacht wir haben die entdeckung mit erfahrenen trader auch an channel haben kanal und auch gruppen eine art virtuelle handelsraum von uns und kunden kommen auch exklusiven zugang zu unsere membership zeit aber die bedingungen meine idee ist auch dass um erfolgreich zu sein muss man sehr emotionale selber herrschung und diskriminieren haben und mental sehr stabil positiv objektiv und realistisch sein und seien sie immer kritisch und vordern sie sich selbst heraus macht mir auch und ikonisch der rest steht für kontinuierliche und nie endende verbesserungen das hat alles auch sicher gemacht ich denke das system hat always fünf oder sechs jahren heration entworfen und lanciert und in lauter jahre hatte das auch verbessert immer und was auch sehr wichtig ist dass wenn man handelt ist es sehr einfach nach dem konto zu zu gucken mit dollar oder euro aber wir machen es anders mit punkten geld ist nicht gut weil wenn man die trade macht und fluss oder gewinner macht dann und sieht man die fluss und gewinne dann hat es auch beziehung auf den ego wenn man verliert ist ein bisschen gut genug wenn man gewinnt dann hat man dann ist man der könig und das hat mir haben wir das in dem system auch mit punkten gemacht also resultat ist sehr wichtig aber nicht mit dem geld haben sondern punkte und sein und bleiben sie auch passioniert und man muss auch ein kampfland haben ein training plan das geht in unser system man braucht nicht stundenlang ein trainplan zu machen das ist darin und objektivität vielleicht kennen sie dieses bild das ist how about you mind was sehen sie also für aktivität können sie einige sachen sehen schreiben in den chat und das ist auch antworten was man sieht ja ihr habt auch zukunft auf die fragen also ihr könnt euch aussehen auch als kann ich sehen okay danke danke also was siehst du eigentlich ich sehe zwei kleine kreise ein großer kreis und ein strich also in der manche menschen ja ja das ist ein gesicht aber ich sage nelson das ist mein foto von üben von einem tisch und tisch mit zwei gläser und ein strohhalm das ist auch eine möglichkeit also das ist auch ein test gewesen von alouis in den frühen jahren also was deine antwort ist gut du gehst eine folgende runde für den kühlschrank und das ist gut aber weshalb wisst ihr sagen wir das weil wenn die markt runter geht und man ist immer bullisch dann gibt man kaufen ok ich sehe dass die markt umhoch muss aber man muss die markt und objektiv beobachten und das ist was wir beteilten mit diesen bilden und ja die macht von kondieren und sind sie sind das ist mit dem konto von 1000 euro damit normale mit aktionen dann braucht man 10.000 euro mehr um bisschen rendement zu machen aber mit konto mit 15.000 und man bekommt er mit ein ziel pro tag von halber prozent positionsgröße von 20.000 mit nur drei pips pro tag das in forex ist das möglich dann wachsen die 1000 euro in einhandelsjahr auf bis zu 2684 das ist sehr wichtig und auch nicht mit overnight positionen und wir haben über die dax was sind die markte dass die leute meister handeln in den jets ja also da du hast schon zwei genannt euro us dollar und dax ja also das sind die zwei punkte und natürlich us 30 us 30 interessant unter nest auch die technik ja ja natürlich auch war in den letzten jahren ja immer ein thema gewesen ja natürlich okay cool danke für die antworten und also das ist ein dachs hier ist eine handelssession von 9 bis 10 uhr 30 und da sehen wir wochenpunkte sind das wochenergebnisse und ich denke das sehr wichtig zu sagen ist das kolom g das sind die hit ratio ist das ein wie viel prozent von die 13 gewinne 25 75 75 80 hoch aber das ist nicht so ist wichtig aber nicht wichtig ist man sieht auch zum beispiel 56.2 unter und das ja meist wichtig ist kolom h da gibt es pf ist profit faktor also wie ja wie sagt man das aluise dass die gewinnen mehr ist als die ja ja da hat die 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 ziffer ist desto besser das ist also das auch fünf und sieben und 21 januar ja das sind alles hier wochenergebnisse es gibt natürlich ich mache das jeden tag und es gibt natürlich auch verlusttage aber das was man sieht ist dass das eigentlich am wochenende meistens wieder gut gemacht ist und es gibt auch einige wochen manchmal pro jahr dass es auch einen verlust gibt aber zu zufälligerweise dieses jahr noch nicht hatte das hat es noch keine verlust woche gegeben nicht nennen dazwischen und aber das ist hier ein charge von grünen ist euro dollar ergebnis heutzutage das ist auf tagesbasis unter 363 pips also wenn man ein lot handelt dann ist das ein geben ist 3600 dollar die blaue linie in die miete das ist der nest deck auch sieht sieht gut aus 1027 punkten und die nester und sorry der dax das orange das ist 1399 also mit 10 dax das ist das 13.099 also man sieht auch die drawdown die die fehler nach unten ist nicht so weit und das ist auch sehr wichtig hallo ist ja nicht über night zu gehen wir haben noch zwei slides einschleit und das ist die treten ergebnisse um in perspektiv zu machen das ist werden handelssession von 9 bis 10 uhr 30 und angenommen dass die cncd kontrakten handeln auf den dax mit 1 euro pro punkt mal 10 10 euro pro punkt letztes jahr auf dem ganzen jahr war das 2014 punkte mal 10 also ist das ein ergebnis von 25.140 mit ein hebelwirkung verein auf 20 martin dann braucht man 800 euro denke ich ja und er auf ein roi von basis von 16.000 euro ist 160 prozent fast nur das ist das soll 8000 euro sein ja 8000 0 ja 8000 ja also mit acai das ist mit ein mit 1 cfd und ein zehnte dann ist das 800 ja weder nächstes mal will das beenden aber das ist mit fx flat man kann auch mini lots handeln 0.1 und zum beispiel und wir hoffen dass mit die mit die slides das ist auch sehr interessant ist dass man nur mit eine halbe stunde in den morgen zum beispiel dachstern macht und im mittag andere markte und das ist ja von des lief morgens gesagt dass man der trends folgen muss nicht gegen die trend in der muss und ich habe eine fantastische foto von alouis das heißt dass das bedeutet dass alouis die jetzt etwas erklären möchte auf mc vor und manit wird dringend system ja vielleicht können die karls von jetzt umschalten noch nein ja ich denke ja natürlich das machen kann für alouis dankeschön und wenn man auch fragen hat er bitte erstellen sie die frage wir haben zeit bis zum ende ja wenn es ein bisschen kraft sehen sie meine metatrader 4 ja bestimmt was ich hier haben das ist metatrader 4 von fx flat das ist hier m1 das ist ein eine minute grafik das ist mein handelsschirm rechts oben habe ich eine fünf minute grafik und rechts und ein 15 minuten aber zuvor wo ich ihnen das erklären möchte etwas zeigen zum beispiel ein wenn ein profi day trader der schaut nicht nach linien sowie man bei ein anleger macht aber wir verwenden eigentlich nur horizontale linien zum beispiel hier hier sieht man es gibt es ein boden macht man so eine linie und da sieht man es bricht aus hier kommt einmal zurück und dann geht es weiter das ist eigentlich wie das sein soll es geht natürlich nicht immer so aber das ist eigentlich wie es sein soll ausbrechen zurückkommen ein backtest wie man sagt und dann geht es weiter hier zum beispiel die unten haben wir kann man sagen einen herren schule dann ist das hier der kopf hier der linke schule rechte schulter da kann man auch so etwas machen sieht man hier eine linie und dann weiß man wenn man hier durchbricht dann hat man ungefähr als target kann man hier diese kann man hier das ungefähr und da kann man sagen das ist ungefähr das ziel wo man hingehen kann sie sehen hier das hat ungefähr geklappt hier und so kann man das einteilen dass man weiß wann soll man sehr aufmerksam sein geht hier zum beispiel wieder natürlich ist es immer etwas einfacher wenn es jetzt passiert ist aber man kann ich zeige es ihnen so gleich auch mal in die andere grafiken so kann man etwas sehen und weiß man was die richtung vielleicht wird von der markt das sieht man natürlich auch mit das system hier ist zeige ich so gleich zuerst möchte ich mal zeigen die 15 minuten grafik das ist das höchste zeitrahmen das ich verwende weil ein höheres zeitrahmen hat eigentlich kein kein zweck weil daytrading ist eigentlich nur machen was in dem moment passiert und es kann natürlich sein dass das man auf eine tageschart oder eine wochenchart in einer kursentwicklung ist die hoch geht aber es kann natürlich auch sein dass man trotzdem mit daytrading shorthandeln oder verkaufen soll hier haben wir einige linien das sind die pivot points pp ist pivot point das ist das mittlerpunkt dann gibt es nach oben und unten und unten einige jessens levels er 1 resistance 1 2 und 3 nach unten support 1 2 und 3 das wird alles automatisch programmiert das brauchen sie nicht so selber zu machen und sie sehen hier die die o die gelbe linie das ist in diesem fall der daily open um 8 uhr morgens von frankfurt der dax das ist sehr wichtig das soll man immer sehr gut beachten die öffnungskurs um 8 uhr nemmen denn oft sieht man dass der markt wenn er da rüber geht dass er längere zeit auch über die daily open bleibt das war heute morgen war es natürlich sowieso ist es im moment sehr volatil in dem in die aktien markten das sieht man hier auch aber man sieht hier dass trotzdem das immer wieder unterstützung war hier bei der s1 das ist war warum ich diese levels hier rein ha programmiert habe und das ist eigentlich nicht man kann natürlich nicht zuvor sagen ok morgen geht der kurs nach dahin oder dahin aber was man sieht hier weil es so viele leute auf der ganzen welt schauen nach diese levels und dann hat man das sagt man das nennt man die self-fulfilling prophecy wenn es genug leute denken dass hier gibt es unterstützung dann wird es auch gekauft hier oder man schließt ihre short positionen dann haben wir hier rechts oben die fünf minuten das ist das gleiche system ist hier rein wie in der eine minute und was ich immer das ist ein tipp für sie wir wissen 100 prozent sicher dass es man immer einen boden gibt und einen topf gibt in der markt in eine fünf minuten oder eine minute grafik aber was was wir 100 prozent nicht wissen ist wann der kommt wann das hier ein topf ist oder wann es ein boden gibt und deshalb ist es eigentlich so dass nach wenn es ein boden gegeben hat wie zum beispiel hier desto eher man reingeht in der markt desto besser es ist sie können sie sehen es hier desto langer man wartet desto wenig desto mehr risiko hat man und das ist was ich nicht mag ich will am liebsten so wenig möglich risiko haben und das ist was uns eigentlich auf der börse als erste gelernt ist wenn man soll immer versuchen für die masse rein zu steigen denn hier steigen viele leute ein die sagen ja aber ich möchte einen ausbruch habe und ich möchte das und das muss gut stehen und dann ist man fast immer am ende einer bewegung und das ist eigentlich für die eine minute genau das gleiche hier sehen sie auch dies ist eine eine minute grafik ich soll es mal die ist hier sie sehen hier unten habe ich einen indikator und das ist hier das ist die nulllinie das ist ein modifizierter macd die haben wir selber so gemacht und wenn er über den nulllinie ist dann ist es grün und dann soll man long handeln also kaufen wenn es unter den nulllinie ist das soll man verkaufen short handeln aber wenn es diese punkte gibt dann soll man überhaupt nicht handeln genauso hier sind das hier sagt wenn die zwei linien einander kreuzen dann sagt das hier wenn die rote punkte kommen dass das momentum nach oben abnimmt und sie verstehen wenn das momentum nach oben abnimmt dann wird ihr risiko wenn sie zum beispiel kaufen möchten wird größer und das wollen wir nicht genau das gleiche hier unten sehen sie wenn es die grüne punkte gibt das heißt dass das momentum nach unten abnimmt und es ist nicht immer in der in der grafik gut zu sehen was der markt machen will aber wenn es hier das gibt soll man überhaupt keine trade machen das ist eine meiner regeln feste regeln was sie hier sehen diese moving average das ist eigentlich keine richtige moving average das ist ein pma es ist ein propriety moving average die haben wir selber gemacht berechnet und er sagt nur eigentlich der farbe sagt was das momentum in dem markt ist also wenn es orange ist dann heißt das dass das momentum nach unten ist ist er blau dann sagt das dass das momentum nach oben geht als er zunimmt und das ist sehr wichtig das ist was ich immer da bin habe ich jahre nach besucht wie kann ich mal sehen was das momentum in der markt ist das ist für mich sehr wichtig wenn man das momentum weiß und dann hat man eigentlich nur noch ein problem und das ist wann geht man rein und wann geht man raus das ist für mich ein luxus problem aber es ist sowieso für jeder sehr wichtig dass sie nie gegen den markt reingehen sie haben zu einem das bild gesehen von jesse livermore der sagt auch go is the flow das ist ganz einfach aber das ist sehr wichtig wenn es runter geht soll man nur short handeln und man soll nicht eher long handeln wenn man sieht also sicher man weiß es natürlich nie sich 100 prozent sicher aber wenn es normalerweise höher gehen wird und dann erst fängt man an mit long handeln oder kaufen das ist hier die dach das ist natürlich eine der meist beliebteste daytrading producten in europa vielleicht in de rest der welt ist es auch sehr beliebt in es zu zeigen wie das geht dann fange ich hier an in wall street das war heute nachmittag das ist hier das wird auch das ist auch so programmiert das kommt immer automatisch rein das ist halb vier unsere zeit und dann schaue ich nach einem signal ich warte die erste minute warte ich immer das mache ich auch wenn ich morgens um acht uhr um neun uhr anfangen in der dax ich warte immer zwei drei minuten bevor ich den markt reingehen weil man am anfang sehr ja sehr aggressive bewegungen haben kann dann fangen wir hier zum beispiel hier mit dieser fangen wir an und da sehen sie hier einen orangen pfeil die pma ist orange und dann schaue ich unten nach meine indikator und dort möchte ich eine bestätigung habe von das signal hier und sie sehen so und sie sehen dass es hier gerade unter den nur linie ist es fängt an rood zu werden also das diese signal wird bestätigt im moment schaue ich in diesem fall nach die unterste die low dieser kertse das ist hier moment low ist 47 13.547 und dann mache ich 47 minus fünf punkten also dass das wird dann 42 45 ungefähr hier ja und dann sehen sie hier nach der zweiten minute wird getriggert hier und hier sind die schon elf mehr als elf punkte fast 11 11 unterhalb und ich habe ein target profit von zehn punkte also hier haben wir schon zehn punkte verdient dann schaut man nach der nächsten das ist diese hier genau wieder das gleiche ich schaue nach der low denn es ist ein short trade der low ist 32 minus fünf ist 27 also hier hier kommt der order ungefähr zu liegen sie sehen die order wird nicht getriggert und weil der kurs hier hoch geht und das ist auch warum ich immer die abstand nimmt zwischen meine order und die kerzen weil der markt muss bewegen können und wenn es hier hoch geht dann macht ist es mir egal denn ich habe keine position wenn es weiter runter geht dann ist es natürlich dann mache ich mit als er auch wieder um so wenig möglich risiko zu nehmen dann haben wir das nächste signal und dann wird es long das system hat er zeigt dass jetzt der markt sich dreht dass es hier einen boden gibt hier haben wir eine blauwe pma und ein blauwe pfeil die stimmen und da schauen wir nach unten in unsere indikator und ist noch immer rot hier er gibt er gibt zwar einen grünen punkt was sagt dass das momentum nach unten abnimmt aber es wird nicht bestätigt also diese soll man nicht nehmen und das ist der disziplin die man haben soll dann haben wir hier den folgenden der wird bestätigt hier und hier machen wir immer hier machen wir an der heim von der in dieser kerze die ist 90 plus fünf punkte das wird also 95 das ist ungefähr hier ungefähr und dann gehen wir hier gleich wenn die erste kerze anfängt dann gehen wir hier legen wir hier die order ein und der wird dann nach 30 oder 20 sekunden wird er getriggered und geht weiter mit hier na hier ist das der höchste punkt ist 30 punkten aber ich habe ein Ziel von zehn punkten und das ist hier erreicht dann und so mache ich das denn d-treden ist das sammeln von kleiner gewinnen das ist d-treden mag nicht den Fehler zu lange sitzen bleiben denn sie sehen wenn sie zu viel haben möchten dann bekommen sie hier fast nichts denn wenn sie dann hier sind zu sagen ja ok jetzt habe ich nicht nicht viel mehr verdient nein man soll immer sein gewinn nehmen hier genau das gleiche hier gibt es auch der wird unten wird er bestätigt der high ist 17 plus 5 5 5 punkte es wird 22 na dann sehen sie dass wir hier in dieser kerze wird er getriggert und geht er gleich runter na hier wird er eigentlich ausgestoppt ich habe einen stopp los von sieben punkten im moment na das ist schon hier ist das schon und das ist ein verlusttreten na das gibt es auch aber das ist kein problem denn ich habe ein ziel von zehn punkten einen stopp los von sieben punkten hier wenn wir zum beispiel weitergehen hier sehen sie diese signal dann wird unten nicht bestätigt denn es gibt eine rote punkte die mache ich mir also nicht dann mache ich hier diese und der wird bestätigt und sie sehen selber das waren hier das waren 52 punkte na das war ganz einfach um jetzt hier zehn punkte zu gewinnen und so geht es weiter das geht das ist natürlich auch wenn es runter geht ist das genau das gleiche zum beispiel hier hier geht es runter dann sagen wir hier hier haben wir das erste signal das wird bestätigt hier unten gehen wir hier ein low ist 44 minus 5 ist 39 das wird hier ungefähr kommt der order zu liegen und dann sehen sie nach 1 2 3 in der vierten minute wird der order getriggert wenn ein order mehr als fünf minuten liegt und nicht getriggert ist dann schließe ich der order das mache ich immer und wenn ich trete auf eine fünf minuten grafik dann mache ich das bei drei kerzen denn drei kerzen in fünf minuten sind schon 15 minuten das verstehen sie hier geht es wieder gleich gut und hier haben sie wieder das waren auch fast 30 punkte hier hat man auch wieder zehn punkte gewinnen können und so geht es weiter hier auch genauso das vorderteil von das system ist dass es nicht schaut nach das produkt denn es macht das system nichts aus ob es der dax ist der nesdeck oder der euro dollar schaut nur nach die volatilität der markt die beweglichkeit der markt denn man kann das system also auch verwenden auch für gold und und kryptos zeige ich ihnen so gleich vielleicht kann ich ihnen hier zeigen der euro dollar sie sehen hier es sieht ungefähr gleich aus das system funktioniert ungefähr gleich man hat hier auch die fünf minuten 15 minuten genau so hier man soll immer warten bis man bestätigung hat von das signal hier zum beispiel auch dieses signal wird nicht bestätigt hier also die macht man nicht disziplin das ist sehr sehr wichtig disziplin und versuchen so wenig möglich risiko einzugehen zum beispiel hier der nesdeck das ist nie hier auch sehr beliebt genau weil der nesdeck ist ungefähr ähnlich wie der dax wenn sie das handeln möchten der kurs ist etwas niedriger aber es ist ungefähr gleich sie können den gleichen einstellungen verwenden das können sie hier machen hier sie können sie einstellen hier steht 100 aber das sind zehn punkte ein stop loss von sieben punkten und die stopperung von drei punkten das ist hier in der nesdeck verwende ich drei punkte weil ich in der dax fünf punkte verwenden aber das hat zu tun mit der intraday volatilität von das produkt aber weiter ist es dasselbe wie in der dax hier hier können sie ein füllen wie viel sie will wie groß sie handeln möchten wollen sie ein lot size haben ein zehnder oder zehn das können sie selber machen das hängt davon ab wie viel geld sie haben und wie viel erfahrung sie haben was man auch machen kann und das gibt es nur für der forex markt wenn sie hier zum beispiel 0.5 eingeben dann wird das system selber ausrechnen wie groß ihre position sein soll wenn sie ausgestoppt wird auf sieben punkte das heißt dass sie dann nicht mehr als ein halbes prozent von ihr konto verlieren also das ist eigentlich das optimum für money management denn das heißt wenn ihr ihr konto größer wird wird ihre handelsposition auch größer verlieren sie geld dann wird ihre handelsposition kleiner und das ist das richtige money management und nicht was manche leute machen wenn sie geld verlieren gehen sie eine größere position ein um versuchen den verlust so schnell wie möglich wieder zurück zu verdienen das ist in von den 100 prozent ist das 99 prozent gibt es nur problemen und elend hier haben wir das das order management ich mache das auf der dax das ist für die meisten von sie sind wahrscheinlich sehr bekannt mit der dax hier bm das heißt buy market und sm sell market das heißt man handelt dann auf die preise die hier in der grafik steht bs das ist ein buy stop das ist ein buy mit fünf punkten was ich es eben gesagt habe über der preis und ss das ist ein sell stop wenn man short game möchte oder ein verkaufen möchte man kann einen order immer lesen mit dieser knöpfe mit stop und mit diese zwei knöpfe sl grün und sl rot können sie den stop loss ändern das kann man auch manuell machen was kann man auch mit diesem mit diese knöpfe machen wir haben jetzt eigentlich kein richtiges signal sie sehen es gibt hier im moment eine blaue pfeil aber sie sehen hier unten wird es nicht bestätigt aber ja wir haben nicht so viel zeit denn ich zeige ihnen es trotzdem hier zum beispiel ich klicke jetzt auf bs und dann sehen sie hier die grüne linie das ist ihr ein steigpunkt wir sind jetzt rein sie sehen hier in rot ist verlust in grün ist ein gewinn man kann jetzt hier wenn ich vier fünf punkte im gewinn bin so wie jetzt kann ich es schon machen mein stop loss hier lege ich hier auf mein einsteigpunkt jetzt kann ich kein geld mehr verlieren nur geld verdienen und das ist natürlich sehr schön sie sehen jetzt bin ich ausgestoppt weil es nicht durchgeht und es kommt zurück und dann hat man nichts verloren das ist natürlich sehr wichtig man muss immer versuchen und so schnell wie möglich sein risiko abzubauen wenn sie zum beispiel mit einer market order hier das geht es mit sm jetzt gehen wir short sehen sie hier auch das geht auch nicht gut aber man soll ab und zu ab natürlich geduld haben das ist auch sehr wichtig aber es kann ganz einfach wenn man sagt ich habe ein fehler gemacht oder ich möchte es nicht das klickt man auf stop und es ist verschwunden wenn wir zum beispiel wenn ich hier ein self stop machen ja man kann ganz einfach was mache ich ab und zu dann ziehe ich etwas weiter und dann warte ich bis ich weiß jetzt will ich der einstieg hier zum beispiel habe und dann kann man später kann man das auch da hinlegen das vorteil ist dass man wenn man mit dieser knöpfe arbeitet es kommt nur ein klick bekommen drei order im system zu liegen ihr einstieg in diesem fall weiß ein short trade ist ihr target profit und der stop loss das sind also drei orders und das ist ganz einfach und dadurch kann man sehr schnell reagieren wenn sie fragen haben bitte ist kein problem ja es war eine frage von stefan mit welchen regeln sind die pfeile im pma und die punkte im pca definiert ja wir haben verschiedene indikatoren die wir geändert haben wir haben wir haben nicht dass das rat auf neue erfunden aber was wir gemacht haben und mit meiner erfahrung haben wir indikatoren geändert und so gemacht dass die die punkte die pfeile geben und das dass man sieht das nicht das ist auf der hintergrund denn es hat keinen zweck um das auch zu zeigen wie das geht denn man soll ruhe haben in seinem schirm desto weniger im schirm steht desto besser es ist für ein entrede wenn man hier auch zum beispiel zu viel indikatoren hat das ist unruhig das ist nicht gut und deshalb haben wir das so gemacht dass wenn das system berechnet dass der markt hier gedreht ist und dann bekommen wir blauwe pfeilen und wenn er sagt ok jetzt ist er nach unten gedreht dann bekommen wir orange pfeilen und das ist natürlich und darf dann bin ich das hat ungefähr zwei jahre gedauert bevor wir das so weit waren dass es richtig funktionierte das ist sehr sehr viel erfahrung und sehr viel programmierwerk ich habe das gemacht zusammen mit einer programmierer und das hat fast zwei jahre gedauert gibt es noch mehrere frage aktuell nicht jetzt kommt eine frage und zwar von robert ich bin berufstätig und habe nur ab 18 uhr zeit welche empfehlungen habt ihr da für mich und wie finde ich am leichtesten die volatilsten märkte für diese zeit manchmal ist der markt sehr ruhig welche nachrichten verwendet ihr ich sage ab 18 uhr in der nacht in der abend genau der teilnehmer ist berufstätig und hatte ab 18 uhr zeit normalerweise gucken wir immer auf forex factory und kom oder aluisa hat vielleicht eine andere website und das ist mehr um zu gucken was passiert auf agenda in der abend ist es ist nicht so dass wir zeitungen lesen und nachrichten gucken aber es ist gut um zu wissen was was man spielte ist der fett kommt wie einige woche eine woche her war da also immer muss man wissen ja was man erwarten kann wir fokuser uns auf die signalen die da fertig sind in ins grafik und meine idee ist doch nesdek und dow jones sind immer volatil auch in abends und natürlich auch crypto bitcoin terium und speziell hier heute oder letzte wochen und vorher weiß gerade nicht was was die dann die markte gut sind wirst aluisa vielleicht gleich kann ich ja die menschen zeigen ist das möglich natürlich dann gebe ich dir den schirm ja natürlich dankeschön und ich denke dass wir das so machen kann der kehrtus aber ich muss man gucken wo bin ich ich habe so viel ja das ist eine und alles das auch eine eine webseite was da kriegst du immer aluisa hat auch eine aber vor effekte ist das ist sehr schön um zu sehen dass man mai 12 zum beispiel man kann auch die zeit hier anderen auf frankfurt oder die amsterdam frage ist dieselbe und dann kann man immer gucken ja was wenn er gibt etwas spannendes also heute sehen wir auch usd kanadien japanisch jen ich weiß nicht ob die herr oder frau in der nacht handelt in japan aber man kann sehen zum beispiel heute waren acht uhr 30 gp weiß nicht welche zeit das ist aber das ist mann wenn ein er hat eine fabrik factory wenn es sehr rot ist eine sehr wichtige ziffer wenn es gelb ist dann ist nicht so ein wer ist nicht so wichtig man kann man immer gucken was passiert ist was was erwartet wird aktuell vor kasse die was ist der vor kast in deutsch das was man erwartet ja was man erwartet voriges und grafik auch aber das ist nur um zu gucken was passiert heute vielleicht kann ich das ist sehr gut und was aluisa auch sieben hat das gezeigt hat sie mag ich immer in bewegung und auf die eine minute wir haben nicht auf eine oder vier stunden obwohl das ist möglich ist aber die eine minute grafik das ist sehr schön um aufzuhandeln und ja ich möchte sagen nestek und dow jones das sind bei for the best in der abend und die dax vielleicht auch habe die dax volk dann die amerikanische märkte und muss auch sagen dass die spread alle riesen bei fx flat ist sehr gut ich habe jetzt nester gehandelt an 5 minuten her und auch us 30 sehr kraft und auch in der vormarkt und aftermarket manchmal sieht man bei anderen drogen auch dass die die spread sehr weit sind in der nicht reguliere andere zeiten also ich habe also ein schild gezeigt mit der vormarkt und ich finde das handelssystem nötig das ist gut mit vorteile vorteile hat man braucht keine nachrichten zu lesen oder viele zeitungen nachreden das ist nicht nachlesen das ist nicht nötig wer wer von euch findet das zuviel zugefügt wird ein system wie das system wir haben man kommt man bekommt auch bei uns mit dem system auch zugang nach unsere membership seit sehr sehr wichtig ist das und wir haben auch ein trader channel das ist sehr schön genug weil wir konnten nur 200 leute dahin und hier können wir 20.000 also wir haben raum für ausbreitung money to work channel das ist auch telegram zu finden da produzieren viele interessante sachen und wenn man system kauft wir haben dann auch dokumenten wie viel wie die 50 trading rules diese umkehrpatronische sheet bekommen auch und das ist ein bonus für heute speziell für ich für euch sie sind ein bisschen bis zum ende sitzen bleiben sehr gut also wenn ihr interesse hat kann man die online form erfüllen also rechts oben gibt es auch ein qr-code kann man einscannen mit dem mobil und wenn das ein komplettes paket für 877 und 25 cent euro kommen ein online session mit hilfe auch auf deutsch mit installation mit auf mtv von fx flat und man bekommt auch natürlich danach noch wenn man fragen hat kann man auch coaching bekommen von mich oder aluiz und einmal pro monat ist ein q&a session fragen antwort auf holländisch war auf deutsch auch einmal die erst folgen hat es ist 31 mai denke ich auch letzte dienstag von mai dann machen wir auch fragen antwort sie bekommen auch zugang bis zum telegram gruppen und kanal und natürlich auch exklusiv zugang bis zum menschen zeit und natürlich auch ein manual handbuch wie man mt oder zu berichten system brauchen kann und wir helfen auch danach wenn man fragen hat kann man die stelle natürlich in der ganzen chat oder gruppe und oder wenn etwas das spezial ist und man ist persönliche fragen kann man das stellen was auch in sehr wichtig ist ist es ist es ist war noch im fest und das ist einmal also wenn ihr ein laptop hat und geht stück bricht etwas dann später ein anderer laptop oder pc werden wir achten das auch installieren oder wenn sie ein geschäft hat oder auch arbeiten und mit dem festen pc ist auch gut um auf einem pc zu machen und laptop das ist kein problem also das ist vollständig installiertes schlüsselfertig handelssystem sehr einfach zu managen einmalige investition und kein ja keine zusätzliche kosten für updates und das ist sehr wichtig keine versteckte kosten wir machen das training für sie einfacher weil ja das training ist nicht einfach ist sieht einfach aus aber ist nicht sehr einfach und mit unsere tool hoffen wir dass wir mit gut ergebnis ihr helfen können also nelson ich bin nicht bei fxflat auf der lohnliste aber ich möchte doch gerne etwas sagen über fxflat mit einer promotion und hallo ist wir müssen sagen dass die helldesk von fxflat auch für die holländische kunden sehr top ist und hier gibt es natürlich auch kunden aus deutschland und ich hoffe dass das ist auch wahr ist denn dass sie das auch warm und können und es gibt sehr kunden sind sehr gute kundenservice und das bank liszenz bank liszenz von waffen auch sehr sehr wichtig ist und sie haben natürlich mit einem sehr professionellen broker und stimmt das nessen dass die transaktionsgebühr null ist heutzutage nur die spread bezahlt man ist das noch immer so ist das geändert nein also bei den cft ist die wir jetzt auch hier gezeigt haben gibt es keine transaktionsgebühr die die einzigen kosten sind die spreadkosten spreadkosten ok und gibt es auch für deutsche kunden auch die versicherungs fonds weil das hat das auch gesagt für unsere kunden wenn man ein geld einlegt dann ist es auch einlagensicherung 500.000 korrekt ok 500.000 sehr gut und ja bevor wir gehen natürlich vielen dank für eine aufmerksamkeit für die leute die essen müssen oder etwas anders machen das sind unsere daten in fort money to work dot com das sind das ist aluise sein e mail adresse meine e-mail adresse ist infotrading for money dot com also für money to work und e-trading und wenn ihr auch eine persönliche telefon machen coaching session ist das auch möglich mit link die ich jetzt noch mal in der chat füge und wir haben noch zeit denke hallo ist für einige fragen und vielleicht versuch nummer für märkte ist das korrekt ja kein problem auch für den nelson eigentlich ja 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 weil du fangst du natürlich sehr für nein alles gut ich bin gerne hier und wir haben tatsächlich noch fragen hier sind noch einige fragen zu den uhrzeiten und der stefan schreibt also nach nach euren erklärungen sollte man lieber dann die trading nur von 9 uhr bis 10 uhr 30 im dax und 15 30 bis 17 uhr im s&p machen die frage an euch das ist genau ja 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 ich mache ich mache selber auf den dax morgens von von 9 bis bis halb 11 11 uhr und mittags fange ich wenn ich anfange dann mache ich das ab ungefähr 53 uhr 1500 uhr denn um halb drei kommt oft die da die amerikanische daten frei und das kann natürlich sein dass der markt manchmal auf reagiert da kann man besser nicht reingehen denn ja dann ist es kein arbeiten mehr dann ist es mehr ein ein casino und das mag ich nicht mit arbeit und nicht in einem casino aber das sind ja das stimmt das sind so ungefähr die beste zeiten aber abends kann es natürlich auch sein denn wenn wir abend es aber so wie jetzt ist es eigentlich in amerika nach lunchtime und die fangen an nach lunchtime fangen die auch wieder an und ja man weiß es natürlich nicht genauso wie mit mit die forex markt mit die forex markt der fängt an um am sonntagabend um 11 uhr und er hört auf am freitagabend um 11 uhr und weiter geht es den ganzen wochen 24 stunden durch und auch da gibt es natürlich zeiten die besser zu trainen sind dann andere zeiten aber es ist verschieden ich habe auch viele normale gemacht und dann war es von zehn bis halb elf morgens in den dachs kaum bewegung und dann bin ich etwas anders ich habe eine administration gemacht oder eine kunde der mich angerufen hat und da sieht man auf einmal um elf uhr oder um halb zwölf da fängt es einmal an und das kann damit zu tun dass das dann dass man sieht was die amerikaner vielleicht machen wollen ja und dann kann der dachs manchmal weiter runter gehen oder wieder hoch gehen man weiß es natürlich nie hundert prozent was der richtige zeit ist aber meistens sieht man das in der morgen und nachmittag die beste zeiten sind ja ich sehe auch bekennende namen mein namen genossen das ist robert herzlich willkommen robert und andere fragen sind das ist der stefan die hat gefragt welcher programmier sprache also das ist mt4 mt4 plattform nicht mt5 aber mt4 das denken er schon gesagt ist gut und sollte man im detaillen ein hebel verwenden ja wenn man geld deponiert auf die rechnung dann kann man damit handeln meine erfahrung ist auch nicht geniecht mit zehn euro zum beispiel sehr groß position machen zwischen 500 und 1000 euro kann man sehr gut anfangen man kann immer ein bisschen mehr einlegen aber risiko ist mir sehr sehr gut zu machen was alles hier auch illustriert hat mit die button sein mit dem dashboard also hebel ist automatisch aber muss man nicht zu viel machen also wenn man 1000 euro macht dann ist es zum beispiel wenn man 500 im margen hat dann hat man 50 prozent gemacht aber gar nicht die 1000 euro bis zum 999 machen weil wenn die markte gegen geht ja dann ist das ja liquidation ist nicht gut ich habe noch dass ich habe auch stefan gesagt dass dieses system ist bergbar auf jedem markt und die in deiner frage ist funktioniert das der wirklich genau auch so auch so in japan und china vielleicht ist es gut und nach zum beispiel eine andere markt die exakt anbietet ist nikai zum beispiel ich weiß nicht wie ob die chinesische börse auch da ist vielleicht können wir das so gucken mit jem in nikai ja das muss man hier das ist gold zum beispiel ja die die regeln sind immer selbe im grunde genommen kann man alles was der broker anbietet kann man handeln ja dann machen wir hier nein nein ja das ist diese hier even kijken die zagen man hier japan tokyo während du während du da den richtigen charts muss alle möchte ich noch kurz kurz erwähnen oder ergänzen bezüglich des der hebelfrage also grundsätzlich einfach produktspezifisch wenn sie cfds handeln dann handeln sie mit einem hebel ja mit einigen ausnahmen müssen sie hundert prozent sicherheitsleistung hinterlegen aber in der regel haben sie immer einen hebel im cfd bereich dankeschön nelson für die zufügung hier sehen sie die tokyo japanese 225 es gibt ganz einfach ich habe hier templates gemacht für die eine minute für die dachs forex markt und amerikanische produkte die habe ich für die fünf minuten und 15 minuten und die kann man ganz einfach reinsetzen ich habe hier zum beispiel die von der dax gemacht aber im grunde genommen ist es genau dasselbe das kann natürlich sein dass man dass man die einstellen wir hiervon von der tage profit und stop loss das volumen anpassen ja das waren ja das muss man handeln weil andere markte hat andere werten das ist korrekt ja 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 und die man zieht auch in de mittel bisschen aluisa bei die top geht die markte drehen und sie ist auch dass er die feine mit die rot sind und die mcd auch rot dass die regeln sind dasselbe mit richtigen und richtigen feine ja dass er die meister rot oder orange ist das und man sieht dass die feine es macht nichts aus ob oder dass gold ist oder dax oder nikai genau ja ja stefan ist wenn man bei fx flats das platform installiert und dann bekommt man um sonst auch die data feed das ist ja ein service von fx flat man kommt real time koersen da braucht man nichts für zu bezahlen ja hier zum beispiel bitcoin für die liefhabe von crypto currencies ist auch kein problem ich finde so von dem bitcoin finde finde ich die eine stunde grafik sehr gut weil die indikator hier sehr gut an zeigt man meist natürlich nie wenn es hier durch den nur linie geht wie vieles nach unten geht man weiß auch nicht wenn ich hier grün wird wie hoch es geht aber was man im meistens sieht dass wenn es durch die nur linie geht hier auf der bitcoin mit einer stunde grafik net als man jedenfalls fast ohne verlust raus kommen kann das ist natürlich sehr wichtige dass das soll eigentlich dem anfang sein versuch ein trade zu machen wobei man so wenig möglich risiken eingeht ich habe eine frage von herr gesehen in meine hohe hook ja das ist eine frage von udo herzlich willkommen jetzt gerade eine gelbe feier aufgetaucht wie würden sie jetzt einsteigen also oder kannst du auch können sie auch sagen welcher markt das war sieben uhr vier also das ist wie man die pfeile interpretiert das ist wichtig also ich hoffe dass a dax dax ist möglich um nach der dax zu gehen alouis 7 uhr vier server zeit ist denk einig stunde hat also das waren einige minuten her 7 uhr ff ist jetzt die euro 4 also het ongeveer jan 10 minuten her 7 minuten her die sind ja oder das war ein guter sie ja absolut ja ja eigentlich war diese auch schon in ordnung ja dann zie ich es war da war ich genau auf die nur linie wenn es das ist mag ich das auch meistens aber man sieht sehr oft dass das zweite signaal danach oft manchmal besser ist denn es ist eine normale art von bewegen in dem markt ist wenn es runter geht hat man ein pullback geht es wieder runter kommt es zurück hier auch geht es runter kommt es zurück das ist der art der der markt wie es bewegt ja und auch die frage ist wie würde sie jetzt einsteigen ist das wie das funktionieren dann ist zum beispiel wenn man ein gelbe file hat mit ein seltsinjaal verkaufssinjaal das heißt dass man die selstof ein nutzen kann ja dann verwenden man hier ss am besten jetzt liegt er natürlich nicht gut ja aber das ist für selstof ja selstof und wenn der markt runter geht dann ja dann rutscht markt unten und alouis ist ein typ die macht die selbst oder bei stopp immer bei er sagt robert du bist immer zum reisen ich reise auch gerne mit zog nach frankfurt zum beispiel aber er geht in amsterdam in reitende train erzug einsteigen er muss fahren aber ich bin immer ungeduldig ich gehe ins zug und manchmal kommt es dass ich ihn für ja das zug nach hinten geht nicht nach nach frankfurt also das ist auch momentum du möchtest gerne sehen dass wenn ein signal gibt das mit dem verkaufssignal oder kaufsignal dass die markt auch ja durch geht ja und deshalb die bei stopp in sal stop ja ich hoffe dass es klar ist es ist gut ist aus ja gelegt ich hoffe es hier geht das war hier das letzte signal der low von dieser kerze die war 98 minus 5 also das wird 93 das war das ist hier ja aber ja das ist hier aber die hätte eigentlich 1 1 2 3 4 5 minuten ist er nicht getriggert und da kann man am besten sagen ok stop denn wenn es zu lange dauert dann kann es natürlich sein dass es ein falsches signal ist das weiß man natürlich nie zuvor vielleicht bekommen kommen kommen wir jetzt ein neues signal und da kann man natürlich sagen ja es wäre besser gewesen aber meine erfahrung ist dass ungefähr fünf minuten die beste zeit ist ich habe natürlich ist es mir auch passiert dass in der sechsten minuten die die kurse dann weiter geht aber man kann besser eine trade verfehlen als dass man ein verlust trade hat was hier die setzt auch hier unten gibt es wieder die grüne punkte und das zeigt dass das momentum nach unten abnimmt und dann ist es besser dass man hier kein order liegen hat ok dankeschön für die frage hier ist auch andere frage nelson aktuell haben wir alle beantworten ok dankeschön natürlich für die aufmerksamkeit und mit teilnehmen und hat der nächste nachher das wichtigste melden oder alois ja es ist natürlich sehr wichtig wenn sie an die treten anfangen oder vielleicht machen sie es schon dass sie sehr diszipliniert sind das ist sehr wichtig und wenn sie ein system haben und sie wissen dass ihr system gut funktioniert ja handel dann trete dann auch nach ihrem system und machen nicht einmal jetzt mache ich es so und das nächste mal mache ich es so das gibt auf länge gibt es kein kein gewinne dass das gibt nur probleme und wenn sie ja in von weitere information haben möchten sie können uns ja wo wird oder mich können sie ruhig eine mail schicken sie bekommen immer eine antwort das ist kein problem und das ist noch mal eure e mail zeigen denn hier wird auch gezeigt wo man das erwerben kann ja ja natürlich das heißt werden unsere e mail adressen werden in chat fügen also das ist money to work ist für alois und meine ist in front trading for money money man hat kann und also mehr information oder eine persönliche session mit any desk zum beispiel oder zoom das ist auch möglich und möchte auch wissen ja ob das auch ein interessanter webinar war für ich für euch und was für sie geben möchten auf deutsch ist der einzige sehr gut denn denke ich und zehn ist denn nicht gut in hollande ist andersom aber auf deutsch können ja auch ein ja eine ziffer geben und hoffentlich haben sie auch sehr viele information bekommen was hier auch hilft mit ihr mit ihre entscheidungen keep it simple alois ja 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 einfach machen so einfach wie möglich genau in der zeit wo die teilnehmer in den chat schreiben möchte ich mich schon mal bei euch beiden bedanken für das webinar hat mir mal spaß gemacht und finde auch dass ja dass wir das auch weiter ausbauen können auch im deutschsprachraum natürlich freue ich mich auch dass viele heute dabei waren und interessiert waren und selbst ihnen allen wünsche ich natürlich einen schönen abend falls sie heute abend oder morgen noch handeln dann wünsche ich natürlich viel erfolg passen sie auf ihre position auf und ihr beide habt das schlusswort für heute vielen dank dankeschön 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 für deine moderation sehr professionell wie immer teilnehmer natürlich auch dankeschön und last but not least alouis dankeschön für deine präsentation auch danke danke